Ich finde Zapp ist wichtiger als Schule, Bro. Okay, ja gut. Muss ich sagen, ist schon wichtiger als Schule. Zapp ist wichtiger als Schule, aber Noga, ja, du weißt. Like jetzt, wenn du auch denkst, dass ein Zapp wichtiger als Schule ist. Kann man nichts machen. Granny ist ein Horrorgame. Ah, sorry, Horrorgames spiele ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, aber ich bin echt ein Schisser, der sowas angeht. Bei Horrorspielen bin ich direkt am Ahr. Also da scheiß mir sowas in die Hose. Das ist nicht so schlimm, okay. Ja. Aber ich habe trotzdem, also wirklich, ich schaue auch keine Horrorfilme oder so. Wenn meine Schwester, die liebt Horrorfilme. Also bei mir hört es bei so Psychothrillern, hört es dann auf. Psychothriller, geil. Aber Horrorfilme, never ever. Ich finde das so unnötig. Dann mache ich mir einfach Angst. Wieso sollte ich mir Angst machen? Wieso sollte man sich überhaupt Angst machen? Macht überhaupt keinen Sinn, sich Angst zu machen. Viel lieber, viel nicer finde ich es, wenn ich mich zum Lachen bringe. Lachen, lachen ist besser als weinen und Angst haben. Hey Bro, hau mal kurz in die Kommentare, ob du Horrorfilme feierst und wenn ja, welche. Digga, er will mich so hart. Er will mich wieder so hart. Du bist mein, du bist mein Mod und ein Sub. Du musst mich unterstützen, Bro. Ja, geh weinen. Ja, komm, geh einfach weinen, Alter. So finde ich es gut. Genauso wie gestern. So wie gestern, als ich den Mod weggenommen habe. Einfach am Heulen. So, komm, ja. Oh, da habe ich den Dynamike zerstört. Beschmeckt dir das. Das sind diese Grund, ja, dieses, ich weiß nicht, nennt man es Grundaggression oder sowas gegen Edgar und Dynamike? Keinen Bombis? Was, du bist kein Bombis? Bro, wie meinst du, du bist kein Bombis? Wir sind alle Bombis. Genau, das sagt kein Dynamike beleidigen. Dynamike, bist ja ein bisschen doof. Ich habe nichts gesagt, Bro, ich habe nichts gesagt. Kann ich gleich mit dir in ein Team. Äh, Johnny Boy, wer bist du denn hier? Bist du vielleicht Sniper King, kann das sein? Luftkissenboot. Achso, da musst du... Ah, du bist Luftkissenboot. Ey, Bro, wenn du mit mir rein willst, klar, komm, let's go. Deine Mike. Natürlich musst du deine Mike spielen. Hätte ja auch alles andere sein können, aber gut, dann deine Mike. Will jetzt eins versus eins. Will ich Gott, Bro, weißt du was? Ich will auch viel. Kuss. Aber, wo ist denn Zapudi? Das war wichtig. Ich will es ihm auch total unnötig rein, was? Obwohl er sieht, dass da Littage mit 14 Teilen ist. Total nicht so gut. Also, total nicht so gut. Oh, Jakob. Nice, Littage. Das läuft ja gerade anders. Das ist wild, spülich. So, Belial Gaming. Gott, war das schlecht von mir. Ach, du Scheiße, das wäre echt nicht gut. Das war also, als hätte man 2000 Milliarden Millionen besser lösen können. Doch, definitiv. Ist die Musik hier im Chat zu laut, oder was? Weg von mir. Ach, du Scheiße. Digga, wie soll ich das überleben? Ich bin jetzt hier. Nein, da bin ich in. Ich bin in den Shot gesprungen. Das war der Ultra-Deaf-Jump. Ey, Bombi. Ehre, dass du bis hierhin geschaut hast. Unterstützt mich wirklich sehr lieb. Geht raus. Wir haben letztens ein Chest-Open gemacht. Über 350 Kisten haben wir geöffnet. Falls du das sehen willst, schau einfach unten in der Infobox. Da habe ich sie verlinkt. Passt rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dannoneimpression. Bis zum nächsten Mal. б